Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Nintendo. Super Mario ist jetzt endlich verfügbar. Und ich hab natürlich ein bisschen gekämpft, ne? Also, äh, muss ich. Ich konnte es nicht einfach so aufnehmen. Also, beschuldigt mich jetzt noch nicht, okay? Bitte. Dann, ich hab also nicht so viel gemacht. Sieht man. Die Musik? Hab ich noch nie gehört. Ja, in der Geschenkbox hab ich nichts. Bei meinem Nintendo hab ich auch nichts eigentlich. Es ist nur ein bisschen bewahren, aber ja. Dieses Flaggen, Flaggen, Flocken. Also, wir gehen in Rallye. Wir suchen uns einen Kampf aus, zum Beispiel. Den hier. Die sieht ein bisschen besser aus. Und kämpfen. Entschuldigung, dass es ein bisschen flackert irgendwann. Aber ich kann irgendwie nichts dran ändern. Und das ist alles mit meinem Tempel ist richtig gut. Das muss grad so lange laden, weil das einfach so ist. Da sag ich auch nicht warum. Diejen. Die. 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 Also zählen wir, dass das hier gerade ein bisschen... Also zählen wir, dass das hier gerade ein bisschen... Hier Leute, so läuft das Ganze ab. Hier dieses Flackern, wenn ihr das seht. Das seht ihr bestimmt. Das dauert einfach so lange. Es dauert. Gucken wir uns das mal an. Also ich führe am Anfang. Äh, ja, ich führe. Ich führe trotzdem. Ähm. Und eigentlich könnte der das gar nicht aufholen. Er könnte es schon aufholen, aber ich werde über 200 kommen. Und er nicht. Er hätte sowieso gewonnen. Auch wenn ich klar keine Tod gesammelt hätte, hätte ich sowieso gewonnen. Und jetzt haben wir endlich einen neuen Spieler. Und der neue Spieler ist... Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ach, ein blauer Yoshi. Blauer Yoshi, was? Das ist jetzt im... Ach, bis wir im Lü... Also bis wir Lüge... Okay, okay, okay. Ja, auf Stufe 5 ist das Schloss jetzt. Ja, wenn ich könnte, würde ich auch vorbeischauen. Oh, mit dem Lest hier niemanden. Ich bin der Winners. Warte. Oh, wenn ich 20 von denen habe. Yoshi! Warte ich auch machen. Jetzt. Na, erstmal gucke ich, was bei dem Fragezeichenblock passiert. Ah. Verkippt mir irgendein Item. Okay. Dann gehe ich jetzt mal nochmal in die Rallye. Denn da will ich ja noch mehr spielen. Obwohl es nicht so langweilig ist, spiele ich jetzt mal das hier. Und nehmen wir mal blauer Yoshi. Aber der blaue Yoshi ist nämlich auch mega cool. Äh. Ja. Ist einfach mega cool. Und... Ja. Und eine Sache am Pixelcraft. Könntest du mich mal in irgendeinem von deinen Videos erwähnen? Wenn ja... Vielleicht kriege ich ja dann vielleicht noch mehr Abonnenten. Das wäre viel... Äh... Viel... Also richtiges Danke an dich dann. Wie... Wie... Äh... Wie klappert man dann? Ach so. Wie... 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 Oh. Also, ich bin nur einmal gestorben, eher mehrmals. Also, ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Leute, glaubt ihr mir das zu? Ich habe verloren. Leute, was für Teufel? Nein. Also, Leute. Dann würde ich mal sagen, das war es mit dem ersten Part. Und bis dann und ciao. Und ciao.